ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so guck mal an den konkurrenstufe rot 1 ja wie man es hatte dich schon auf seiten der rüsten und genau das war jetzt mal hier in dieser wie ist die mission versunkenen kosten angekommen genau und ja wir haben uns da hier schon aufgebaut da kommt der nächste schlacht was sie nicht durchfahren sehr gut und haben sie aufgebaut haben die karte ein bisschen erkundet und ich mache es bitte sehr schön und da war ja und ja wir haben festgestellt dass wir hier gar nicht an die basis herankommen von gegner wir müssen tatsächlich so leute wie mache ich das jetzt mit dem bomber ich weiß ja dass die immer dann nehme ich da einfach mal direkt man bombardiert über den längsten weg also von oben rechts müsste der nahe es kommt davon unten verdammt das war daneben ja ich weiß es war dumm jetzt kommt da auch noch ja gut wartet mal ich habe ja mix so so nicht kollege so ja nun mal wirklich nicht hier so ist das andere putz 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 wie so eine spiel kann ohne ja gut aber er nervt damit ganz schön und von daher ja repariert das mal bitte zu ende bevor ich dir noch was weiteres ausgeben gut wir haben unsere hubschrauber unsere mix unsere hubschrauber und das ist leider viel zu viele zerstörer interessant gut leute jetzt werde ich was machen jetzt werde ich was machen das ist eine ziemlich geile aktion weil ich weiß zufällig noch dass hier unten alles vermint ist wirklich alles vermint was ich es machen werde ist ich der fallschirmtruppen hier absetzen wenn sie dann durchkommen der kommt natürlich von oben ist klar weil ich würde ganz gerne diese ganzen mini weg haben vorher diese drei die können ganz schön erwartet mal die drei männlichen da kann word 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 wird hier auf was kommt hier was kommt hier so ok jetzt versucht er hier irgendwas mit mäniken zu erreichen schuldig ist heute hubschrauber es kommt damit zwei kanonenbooten und soll das denn wenn ich ein kopf naja die lauf fast genau so schnell wie die schiffe das ist ja so geil ja gut aber die könnt ihr unterstützen hier so sehr gut wir haben die sie haben doch nutzen hier die melden seht ihr das die sind doch von nutzen hier so einfach einfach kaputt ballern und ja dann nehme ich mal meine ganze das ist schon geil hier hin er wieder mit seinem epileptischen anfall so gut ach hey so kaputt machen wenn es sehr gut weg ja leute der gegner der hat tatsächlich einen kreuzersborn das ist ziemlich übel aber damit kommen wir auch klar weil wir hier und nie bei nur da scheiße alter jetzt nicht sein der penner hat mir einen sammler weggeballert seit wann schießen wir die kreuzer auf den sammler bitte kommt er wieder von da oben nein so ok so schaltet das an beim bei mir und die minen sind weg das hat mich geil die minen sind weg über leute da kommt man nicht mal hier raus was den mal raus sehr gut zum glück fährt er nach hause zum glück fährt er nach hause echt na gut dann macht ihr platz hier was versucht wer denn kommt macht ihr noch kaputt ein paar mehr punkte wären geil gewesen naja gut so dann kommt er wieder mit zwei kanonenbooten an sehr gut da können nämlich die fünf soldaten immer schön schön unterstützen sehr schön leute so der bomber ich versuche es mal wieder mit bisschen nach oben das sollte jetzt treffen weil er kommt von unten rechts ja seht ihr das trifft voll sehr schön leute da haben wir auch tatsächlich jetzt die bestätigung das hört doch mal auf dass es tatsächlich funktioniert mit dem bomber wenn man ein bisschen weiter nach weg zielt so die u-boote sollten sich neunäxig hier drum kümmern holter dass die schiffe hier weg kommen die hubschrauber bzw die mix können sich darum kümmern und die hubschrauber darum so sehr gut die hubschrauber so und bam seht ihr das die hubschrauber richtig geil so ähm ja lasst euch lasst euch abwallern ist okay so aber den kriegt ihr sehr gut haben wir endlich die leibwache von der von dem kreuzer hier weg so und sehr schön liebe leute gut dann können wir den jetzt eigentlich mit unserer luftwaffe erledigen ähm ah fast okay sehr schön somit können wir auch hier unten in ruhe sammeln kaputt machen tatsächlich wir sind schon wieder voll was soll ich denn da machen sammler bleibt mal bitte hier ich weiß dass wir sie brauchen jetzt hör doch mal auf ich werde jetzt aber die angebungsarmee einpacken durch und dann direkt losgehen wird angegriffen was macht er denn jetzt ein Spawner ich glaub's nicht ey was ahaha sehr gut sehr schön bäm weg damit da kam er tatsächlich mit einem hubschrauber Spawner eingeschissen ja Sir gut Leute ähm laut Mission laut Missionsbeschreibung müssen wir eigentlich hier nur diese Werft platt machen weil das als äh Öltankstation dient aber da ist definitiv noch ein bisschen mehr zu tun hier weil ihr seht das jetzt die Werft ist platt aber die Mission läuft noch das war immer wieder so eine Verarsche von den Sowjets gut liebe Leute ähm dann würde ich sagen haben wir unser neues Team 1 hier gut das heißt wir müssen jetzt erstmal ein bisschen sortieren und ja dann freue ich mich dass wir wieder hier eingeschaltet habe beim Koanikon KW Master nach wie vor an diesem Sonntagabend was macht er denn jetzt hier bäm sehr gut hat sich vier Artillerien stehen warum auch immer ihr macht ihr bitte alle platz seht ihr das also deswegen liebe ich diese sowjetischen Buchschrauber ähm so einfach schön weiter hier alles im Arsch machen macht den kaputt seht ihr das die schaffen den sogar so äh Spionage äh Fallschirmtruppen ne Schatz nicht geschafft der hat es nicht geschafft und schaut mal hier oben Leute bam was der hier an Schiffen hat ey das ist echt heftig äh aber die kriege ich mit Flugzeugen platt ist kein Problem weil die beiden Uwe sich hier auch brauche ich ja so wir haben einen Bomber das heißt ich muss mal wieder hier so weiter ziehen genau man sollte der eigentlich auch wieder treffen und sogar den Panzer platt machen ne genau aber er macht leider nicht den Panzer platt aber ist sie oh oder was ah ne das sind nur Schützen okay mach mal die Schützen hier platt ich räume mit denen einfach erstmal schon mal vorher ein bisschen auf weil ich hab ich hab wirklich keine Lust jetzt gleich hier in äh ah der repariert ne scheiße der repariert keine Lust gleich durch das Minenfeld hier zu zu tuckern ne so gut da kommt der nächste Schlachtkreuzer nichts da kannst du vergessen Kollege mach den kaputt mach den platt um Gottes willen so sehr gut dann haben wir dann auch und dann können wir die weiter einladen ja 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 wie machen wir das jetzt 4 5 ja ich wollte schon sagen was was ach du bist das ach Gott ich hab mich schon voll erschrocken ähm was das für ein Geräusch sauber ist ach ach haben sie die platt gemacht ja gut ok Okay. Dann Luftwaffe. Mach dich mal auf. Bams. Sehr gut. Ah, da oben ist sogar eine Kiste. Seht ihr das? Da oben ist sogar eine Kiste. Alter, nein. Da oben ist sogar eine Kiste. He he, mit Geld. Seht ihr das? Da war eine Geldkiste da oben. Dann zieht ihr mal schön das Feuer auf euch. Genau. Haha, sehr gut. Da kommt jetzt nämlich meine Mix an und Bams. Alter. Okay, neue Mix. Ich brauche eine neue Mix hier. Oh Mann. Ja, das war nicht so gut. Na ja. Ja, liebe Leute. Das schaffen wir trotzdem hier. Komm, mach die platt da. Los. Bams, russische Luftwaffe. Wunderbar. Und hier weiter den nächsten. Das war doch erfolgreich. Gut. Dann muss ich den Bruchsschrauber hier noch reparieren. Die Einheiten sind alle hier drin. Das ist gut. Dann können wir gleich eigentlich schon hier... Ja. Mal durch. Mal drauf zielen da. Also mal angreifen. Den kriegen die nicht kaputt, weil der nachrepariert. Das ist natürlich der Kack. Aber ich habe ja meine Mix. Boah. Boah. Sehblockade da oben. So. Die Leute, soll ich schon rausgehen hier? Ich befürchte nämlich, dass da noch ein paar Minen sind. Aber ich glaube, das ist meine Aussage am Hammutpanzer. Ja. Bams. So. Schießt die Hubschrauber kaputt. Los. Hubschrauber platt machen. Hubschrauber platt machen. Gut. Dann rollt mal ein bisschen vor. Dann kommt der... Äh. Nein. Stopp. Nicht blöd sein, bitte. So. Bams. 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 Weiter geht's hier. So. Sehr gut. Ja, das ist halt das Problem hier. Die Mammuts, die passen hier nicht wirklich rein. Ah. Ah. Und da war tatsächlich noch eine Miene. Verdammt. Ja, gut. Ähm. Guck ich mal mit den Wäniken. Ach. Ja, gut. Aber... Ich kann ja... ...dieses Gebäude hier platt machen. Und da unten kommt er wieder. Mit so einem blöden Kreuzer. So. Ähm. Dann macht das Gebäude platt. Zack. Trifft genau. Hahaha. Diese Taktik ist einfach nur herrlich, Leute. Einfach ein bisschen daneben zielen. Bams. So. Sehr gut. Alles klar. Da kommen die nächsten Mammuts raus. Ja, da können wir eigentlich in dieser Folge auch schon die vorletzte Mission der Russen Fertig machen. Ja, Sir. Bestätigt, ja, Sir. Bestätigt. So. Dann machen wir erstmal die Luftwaffe. Die räumen erstmal die Verteidigungsanlagen hier weg. Ah. Die sind leer. Okay. Ja, Sir. Ah. Die schaffen es ganz knapp, ne? Gut, Leute. Alles klar. Dann Schritt für Schritt, bitte. Was ist hier kaputt gegangen? Was ist hier kaputt gegangen? Naja, gut. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier die Raketenwerfer mit rausholen. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch mal bitte hier oben sammeln. Aber bitte nicht außen rum fahren. Ihr seid doch wieder zu blöd. Echt. In Ordnung. Haha. Bämst. Ja. Hört doch mal auf, hier außen rum zu fahren. Ach, schaut mal. Da steht noch ein Tarnbunker. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Geil. Bämst. Ja, wunderbar. Die ballern sich hier durch, ne? Aha. Seht ihr das? Der hat nämlich da schon eine Mine wieder kaputt geschossen. Bämst. Fallschirmjäger. Und ihr macht bitte weiter hier kaputt, ja? Macht den Panzer im Arsch. Sehr schön. Die Artillerie weg. Die Artillerie weg. Oh Gott. Und Fahrt nach Hause. Blöde Kreuzer da oben, ey. So. Ja, dann haben wir eigentlich schon die ganze Karte jetzt erkundet. Aua. Boah. Ey. Die Raketenwerfer, die ballern einfach die Minenblatt. Finde ich gut. Okay. Wie viele Leute, dann brauche ich noch eine Mic. So. Die muss repariert werden ganz dringend. Und, äh, ja, so kann, so kann das Wochenende doch, äh, sich verabschieden, ne? Mit, mit einer coolen Aufnahme-Session von Korn im Honka. Das ist einfach geil. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Das ist einfach geil. Oh, da sind noch ein paar. Wow. Was? Ach da. Ach, hopper da. Da ist noch ein Tarnbunker. Bamm, hier, so. Ihr sollt nicht außen rumfahren. Ja, das ist halt der Kack, ne? Das scheiß Gebirge hier. Das ist dann immer ein bisschen blöd zu navigieren. Die Hubschrauber, die können wir bei dem Panzer da helfen. Die Flugzeuge können den platt machen. Ach, verdammt. Aua. Ich dachte schon, schon wieder eine, eine Mic weg. Okay. Oh, nein. Tschüss, Hubschrauber. Scheiße. Oh, okay. Nö, doch nicht. Puh, gut. Alles klar. Könnt ihr es? Habt ihr es bald mal? Ja, mit unserer Luftwaffe können wir ganz schön das einreißen schon, finde ich. Also, das ist schon gut, ja? Da kommt ihr noch ein bisschen nach vorne. Aua. Pennerkreuzer, echt? Ja, gut, kommt. Ist jetzt egal, wenn die da außen rumfahren. Der Gegner hat nix mehr. So, dann macht die kaputt hier, los. Macht die platt hier. Ach, hat da jetzt... Ist der Penner tatsächlich hier durchgekommen? Das ist ja wohl jetzt nicht wahr hier. Scheiße. Macht die platt. Um Gottes Willen. Macht die kaputt. Da ist der wieder hier durchgekommen. Konstruktion. Verdammte Kacke. So. Ja, gut. Jetzt habe ich wieder kein Radar mehr, ey. Ach, das ist doch wieder unfair. Echt. Wieder so unfair. Hat dieser Penner tatsächlich mich angegriffen, genau dann wieder, wenn ich hier angreife. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. So. Eine Silo nachbauen. Warum hier tausendmal Einheit verloren? Ach, wegen der blöden Flak. Ja, okay. Ich muss einen Hubschrauber nachbauen. Oh, zwei sogar. Oh, das ist blöd. Hallo? Was ist denn hier? Warum sind jetzt nur noch ein paar Mammutpanzer übrig? Oh, Gubi-Panzer. Gubi-Panzer-Action. So. Fünf Gubi-Panzer einfach mal so. So, Bäms. Und wieder alles hier da. So, okay. Weitester Weg. Das heißt, hier oben. Sehr gut. Okay. Liebe Leute, dann. Aha, sehr gut. Seht ihr das? Bäms. Oh, die Flak funktioniert noch. Warum funktioniert die noch? Das ist echt ein bisschen blöd, aber. Na ja, gut. Dann mache ich mich zuerst mal die Energie platt. So. Bäms. Sehr gut. Alles klar, liebe Leute. Dann. Stell mal bitte den. Was sehe ich denn hier schon wieder? Mach den platt. Mach den kaputt. Ihr sollt den kaputt machen, Mann. So. Mensch. Ziel wählen. Der Schattengenerator sollte jetzt eigentlich auch aus sein. Ah. Seht ihr, dass der da noch eine werft? Alles klar, Leute. Wo ist der andere Hubschrauber? Ich meine, ich habe es schon, aber. Ich meine, wir haben die Mission schon geschafft, aber ich muss trotzdem. Ich würde trotzdem ganz gerne alles komplett haben hier vorher. So. Dann ist das hier Team 3. Das hier ist Team 2. Na, genau. Gut. Dann macht die... Dann geht ihr alle bitte mal hier drauf. So. Mach den Bau auf platt. Ah. Es sind jetzt wieder nur zwei mitgekommen. Ja. Na gut. Dann macht ihr mal ein bisschen Zerstörung hier. So, Leute. Und dann macht ihr das Ding dahinten mal bitte platt, ja. Und die Flagge hier kommt. Bäms. Und kabäms. So, das passt doch. Sehr schön, liebe Leute. Haben wir auch diese Mission. Hier diese Öltürme, ey. Hallo? Was schießt denn hier die ganze Zeit? So krass. So, bamm hier. So ein Tarnbunker. Und, ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich auch schon alles erledigt, ne. Die, äh, Lufteinheiten können da die Schiffe platt machen. Bäms. Sehr gut. Und ihr macht bitte die Flagge da unten im Arsch. Haha. Seht ihr das, wie krass diese Hufschrauber sind? Bamm. So. Bratz. Ah, und diese Öltankstationen müssen wir eigentlich, glaube ich, auch platt machen, ne. Das ist jetzt die letzte Flagge. Okay, ich würde sagen, ich speichere das nochmal vorher. Und, ja, dann haben wir die. Geil. Alles klar. Dann haben wir auch die vorletzte Mission schon. Oh, Mann. Okay. Die Katzen haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Mit dem Volltreffer. Bamm. Ganz genau. Ganz genau, liebe Leute. Alles klar. Ja, das ging ja relativ, äh, relativ mühelos, muss ich sagen. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen unkoordiniert, wie ich spiele, aber... Ja, passt schon, würde ich sagen. Alles klar. Die Rote Army breitet sich viel weiter hier aus. Ich schaue euch das an. Gut, Freunde. Alles klar. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir tatsächlich die letzte offizielle Kampagnen-Mission in Alarmstuf Rot Remaster machen. Weil danach kommt tatsächlich nur noch das Ding aus der Wüste. Ja gut, okay. Liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, äh, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, äh, würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Jetzt zieht ihr gerne weiter den Kanal. Und, ja. Bis hier weiter geht es hier auch beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.